Oh, wir müssen uns hier jetzt durchkämpfen. Zum nächsten Mal. Oh, der ist einfach weg gewesen. Der hat mich nicht getötet, aber... Die Frage ist, warum er dann abgehauen ist. Oh, gut. So. Nächstes Duella. Stil, Tuck! Stil, Tuck! Ah ok, ich darf also nicht bringe ich ihn halt um wenn er zurückkommt es gibt immer noch ein paar wege aus mordor je mehr wir mordor in flammen hüllen können desto mehr menschen werden ihre freiheit erlangen so ich muss noch einmal Smoother game Wir werden dich in den Städt gehacken! Woops! Du nervst mich dahinter! Das ganze zwei Minuten hier mit diesen Ork-Leuten. Das war 2-Armor. Das ist der nächste. Das war 2-Armor. 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 so Ja, okay. Das ist ja schon, das ist immer geschafft, dann müssen wir jetzt hier in Ordnung sorgen. Das ist ja schon. Hm, ist niemand denn da? Aber da ist gleich. Uh, dann fehlt uns das ja noch da drüben. Ich brauche Hilfe! Ich habe ihn geklitten! Okay. Okay. Was war das für ein Geräusch? Da, ich stehe! Niemand wird dich retten! Sehr schön. So kommt man also rüber? Ja? Das ist der verdammte Tag! Hinterher! Hast du das gehört? So. Es gibt in Mordor noch andere Kräfte neben Sauron und uns. Ja. Das sind die Spitzen. Und mir. Gut. Machen wir das. Mit dem durch. Okay. Ich kann nicht einmal mehr spülen. Ja. Achso. Die Armee am Schlumpf wird stetig größer. Okay. Das war irgendwie schlecht. Schnapp ihn! Schnapp ihn! Hm. Das war das. Schnapp ihn! Wenn wir diese Arbeit nicht erledigen, wird der Turm uns allesamt in Ketten werfen. Ist das so dumm, Alex? Was ist hier los? Das ist nicht mal I-Endings, das hier. Das macht... Das ist ganz dumm halt eigentlich. Oh, ist okay. Oh, wir müssen noch einmal... Ja, da drüben gibt es noch einen Punkt, den müssen wir aber erst freischalten. Keine Ahnung, was das dann genau ist. Ja, ich würde jetzt gerne die ganzen Nebenfests da mal machen, ja. Muss ich euch jetzt sagen. So, wenn wir jetzt da bei paar Nebenfests kommen. Ja. 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 Okay. Das ist der Tag. Das hört sich nicht gut an. Komm doch mal. Okay, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch alles zu machen haben, auch in der anderen Welt jetzt. Also in der anderen Welt, ja, in der anderen Stadtteil. Ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch haben, aber ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch haben, aber ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch haben. Ich weiß gar nicht, wie viel Sachen wir noch haben. Nichts und niemand, den ganz Mordor könnte unseren Häuptling besiegen. Aber du, der ist eine Hakenung. Bald kommt er auch hier vorbei. Hoffentlich mit dem Kopf des Grabwanders. Hier geschieht er überhaupt nichts. So viele Uruks am Schlund erhoffen. Wirklich beeindruckend. Ich würde nicht gern der Koch sein, der all diese Beulern stopfen muss. So schon. Muss ich mir wohl eingebildet haben. Dabei wollte ich doch meine Klinge ausprobieren. Meine Augen sind die Deine. Na gut. Ja. Das war zwar am Anfang schwer, aber jetzt... Für dich, gute Nacht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, hallo rein. Ciao.